Ja, hallo. Ich bin der Till von Originals. Wir sehen es für uns oder es ist unsere Pflicht, dem Konsumenten die Möglichkeit zu geben, sich von Head-to-Toe komplett mit Originals einzukleiden. Genau das ist im Prinzip die Idee hinter dem Konzept. Wir haben alles im Portfolio von Röhre, Skinny, Regular, aber natürlich auch bei den Damen die Boyfriends, so wie wir sie gerade im Markt sehen. Wie ihr wisst, haben wir natürlich auch Erfahrungen gesammelt in der Collaboration zusammen mit Diesel. Jetzt hier unsere eigens produzierten Denims. Wir haben einen ganz klassischen USP, der natürlich nicht vergessen werden darf. Wir haben zum einen unser Bluebird Leder Patch Label, was auf jeder Denim sein wird. Wir haben aber auch natürlich ein Bluebird Flag Label, was auch an jeder Denim sein wird. Ein absolutes Highlight ist unser Sneaker Protektor. Unser absolutes USP, eine absolute Marktneuheit. Jeder, der Sneaker-Liebhaber ist, der schon mal einen Wildlederschuh hatte und sich den versaut hat durch eine neue Hose, kennt das Problem. Das Problem gehört der Vergangenheit an. Natürlich haben wir auch ein Image-Piece in der Kollektion. Das sind unsere Salvage Hosen. Hier unsere klassische Salvage Naht, woran wir natürlich immer wieder erkennen, dass es auf den traditionellen Webstühlen gefertigt wurde und nicht industriell. Hier haben wir das Patch Label ein bisschen anders umgesetzt. Hier in einem sehr wertvollen braunen Ledermaterial. Aber auch hier ganz schön zu erkennen, wieder unser Traffol Flag Label. Und was das Interessante an der Hose ist, man erkennt auch auf den zweiten Blick, dass es eine Original Stenim ist. Nämlich indem man die zwei Backpockets aneinander legt und da wieder das Traffol wiederfindet. Neues Schif Robin Achsekos Wenn es ihr habt, gibt es Teich und Ideen. Äh, ist das. Vielen Dank.